Der österreichische Kameradschaftsbund und das Kulturreferat der Marktgemeinde Krieglach veranstalteten am 11. November im Veranstaltungszentrum Krieglach den Musi-Treff 2012 unter dem Motto So klingt das Mürztal. Heute hat das Mürztal ein großes Musi-Treff-Fest. Wir haben das neu kreiert, um wieder dem Mürztal was Neues auf die Beine zu stellen. Das heisst, so klingt das Mürztal. Mit 11 Musikgruppen, mit 11 Forschungskropfen verschiedener zu der Art und mit einer Junkerverkostung. Was will man noch mehr? Durchs Programm führte mit viel Humor Erich Fuchs von Radio Steiermark. Die Frieden Krieglacher ist eine Gruppe, die gibt es aus dem Jahre 2001, haben wir uns gegründet. Das war ein Zufall. Von einer Geburtstagsfeier heraus ist diese Partie entstanden. Dann hat jeder gesagt, super, machen wir weiter, so wie das ist. Und so sind wir dann praktisch eine Gruppe geworden. Und so wie wir heute gespielt haben wir auch. Wir spielen auch hauptsächlich Musik von Gottlieb Weisbacher, Hitbacher Musikanten und auch böhmische Musik von Ernst Mosch und von den Innsbrucker Böhmischen. Mit dabei auch der Thurnauer Dreigsang. Also das ist die Emizenz, erster Sopran, die Hermi Bichler, zweiter Sopran und Elisabeth Alt mit Harmonikerbegleitung. Michael Karner mit acht Jahren der jüngste Teilnehmer, begeisterte das Publikum. Die Zwillinge Nicole und Hannes Baller sowie Matthias Sieder, sie nennen sich die Gondbauer, sind seit 2011 als Volksmusiktrio fleißig unterwegs. Musik Der Musiktreff 2012 bot nicht nur einen musikalischen Genuss, sondern auch einen kulinarischen. Wir haben 15 verschiedene Kropfen und das haben die ÖKB-Frauen vom Arztverband Kriegler gebacken. Und wir waren Elfe und ich muss sagen, ich war selber überwältigt, was für verschiedene Kropfen das gibt. Ist die Musik angekommen? Ich habe mir das erwartet, dass so viele Leute kommen, weil eben trotzdem ist mir jetzt da und alle, die was da spielen, die sind einfach für uns da. Und das ist besser als für jede Bente, was für die Ruhe oder sonst wo kommt. Wie hat Ihnen der Michael empfohlen? Der war sehr gut. Der war ganz lieb. Und eigentlich auch seine Schlagfertigkeit, die er gehabt hat, war einfach genial. Super einfach. Und eigentlich auch seine Schlagfertigkeit, die er geht. Der war sehr gut. Und eigentlich auch seine Schlagfertigkeit, die er mit einem spieler Po beim Seyrenplatz.